Hey, Dominik, guck mal, was soll das denn? Was ist da geklebt? Wieso ist da geklebt? Neue Runde, neue Reise. Am Ende. Die Reise, Leute. Scheiße. Alter. Fuck. 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 Was ist das denn? Das ist krank. Au. Au. Aaaaaaah. Alter, ist das krank. Aua, meine Beine. Aua, schüttelt die ganze Zeit. Aua, meine Beine. Ich will die ganze Zeit mit den Beinen wackeln. Ich lass mal bluten. Fuck. Ich hoffe mal, der fährt noch andersrum. Wenn der jetzt anhält, ne? Geht's? Was? Geht's, Dominik? Ich kann's doch Ding halten, ne? Verstehst du nicht. Ähm, Dominik? Ja, aber du bist nicht. O. Stop. tur. ملnig. Naaah, ne? Wooh! 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 Aua! Aua! Die hinter uns sind fett, anscheinend. Alter! Das quitscht wie Scheiße! Soll ich mal die Lampe abdrehen? Mit Lampen hier abdrehen? Schlimmer? Ja. Ja, ich auch. Die Sache ist die, das quietscht ja, das ist ein bisschen sehr komisch. Aber der acceleratet ja bereits mal der quietscht aus, oder? Echt? Oh, ich hab mich grad fest... Ich kann meine Hände gar nicht mehr wie... Bist du hoch wie dein Riesenrad? Der Polat hier war ein Verkehrschaos. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Geht's dir gut. Das klappert da hinten auch. Ich glaub hinter dem Ding steig ich nicht mehr ein. Aber die Kirche sind noch lange nicht so voll wie Montag, ne? Wie lange beladen die denn da unten? Das kann doch jetzt nicht sein. Das fühlt sich immer so an, als ob ne Bremse drin wär, ne? Ja. Das wirst du echt? Nee. Nee? Oh mein Gott, nein! Was? Was? Nein! Ah! Was? Ah! 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 Jetzt hat er ja gerallklaut! Ah! Ja, nehm. Was hat er denn jetzt? Ja, jetzt wär ne... Warten Trottel, ey! Jetzt lohnt sich die sieben Euro wenigstens. Hey, was ist denn jetzt? Wie hast du wieder gefallen? Der... Der... Der Reco ist echt geistig, ähm... Ja. Oh ja. Seid mal, kann der grad nicht anhalten, oder was? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Nein! Was? Ah! Ist der Schrott? Ja, geil! So, Leute, ne? Jetzt erlebt ihr mal Apollo, Gammel... Gammel-Apollo... Warum hat der denn immer mal Gas gegeben? So, Leute, das ist das längste Apollo-On-Ride, was ihr je gesehen habt, wahrscheinlich. Ja, aber... Ist meiner eigentlich leer. So, Leute, ich wackel mal ein bisschen rum hier. Ja, ne? Ich sag nur Gammel-Follo. Gammel-Follo, Gammel-Follo, Ole, 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 Ole. Da ist Aron. Da rief mir noch mal auf die Tome, ja. Ich hab' nicht geschafft. Ich hab' nicht geschafft. Mein Mutter ist, ich hab' nicht beklopfen. Ist der Vollmutter wäre echt Schrott. Ja, was ist denn? Ja, lustig. Ja, was ist denn? Ja, das ist das Auto drin, oder? Hier unten im Mittag bei der Eintritt fährt. Meiner! 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 Das wäre mein längster Polofahrt, ne? Wäre schön, wenn wir unten stehen bleiben würden. Ja, wenn wir unten stehen bleiben würden. Ja, wenn wir unten stehen würden. Okay. Ja, so Leute, ne? Da wisst ihr Bescheid. Das passiert, wenn man Apollo 7 Euro für ausgibt. Oder ein Comedy-Ticket kauft. Ja? Ne? Ja. Ja, geil! Oh, ey! Stecken bleiben! Geil! Oh, schade! Kriegen wir gleich noch ein Ticket, oder wie ist das? Wie sieht's denn aus? Wie kommt das denn? Hä? Der gibt nicht noch mal Gas, der Ticket. Halt an, Jungen. Ich hab keinen Bock mehr, ich will Ostern. So, ne? Das ist das ganze Apollo. Ich hab keinen Bock mehr.